Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Aktienhandel zum Nulltarif. Was bei Angeboten der NIO Broker zu beachten ist. In den letzten Jahren hat sich ein neuer Trend in der Finanzwelt etabliert. Der Aktienhandel zum Nulltarif durch sogenannte NIO Broker. Doch wie bei vielen vermeintlich kostenlosen Angeboten gilt es genauer hinzuschauen. Die Hauptfrage, die sich viele Anleger stellen, ist, ob und welche versteckten Kosten und Risiken damit verbunden sind. In diesem Bericht beleuchten wir die Hintergründe und geben Tipps, worauf beim Handel mit NIO Brokern zu achten ist. Quellen. Handelsblatt, Finanzen.net, Wirtschaftswoche. Was sind NIO Broker? NIO Broker sind eine neue Generation von Online-Brokern, die sich durch niedrige bis gar keine Handelsgebühren von traditionellen Banken und Brokern abheben. Beispiele hierfür sind Anbieter wie Robinhood, Trade Republic und Scalable Capital. Diese Plattformen haben vor allem bei jungen Anlegern an Popularität gewonnen, da sie den Aktienhandel durch benutzerfreundliche Apps und geringe Einstiegshürden demokratisieren. Wie funktionieren NIO Broker? Der Ansatz der NIO Broker basiert auf einer schlanken Infrastruktur und Automatisierung. Traditionelle Broker bieten oft eine persönliche Beratung und umfangreiche Analyse-Tools an. Bei NIO Brokern hingegen bleibt der Anleger auf sich allein gestellt, was besonders für unerfahrene Händler problematisch sein kann. Ein weiterer Aspekt, der nicht vernachlässigt werden sollte, ist der Datenschutz. Da NIO Broker meist nur online operieren, spielt die IT-Sicherheit eine entscheidende Rolle. Unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Bestimmungen zum Umgang mit Finanzdienstleistungen. In Deutschland beispielsweise überwacht die BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Aktivitäten der NIO Broker. Anleger sollten sicherstellen, dass der gewählte Anbieter reguliert ist und die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Langfristige Perspektiven. Trotz der potenziellen Nachteile bieten NIO Broker auch viele Vorteile, wie etwa den Zugang zu internationalen Märkten und die Möglichkeit, ohne große Einstiegskapitalien zu investieren. Dies kann langfristig zu einer größeren finanziellen Inklusion führen und mehr Menschen den Zugang zu Kapitalmärkten ermöglichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass NIO Broker zwar attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten, jedoch sorgfältig geprüft werden sollten. Anleger sollten sich über mögliche versteckte Kosten, Sicherheitsrisiken und die allgemeine Struktur des Anbieters informieren, bevor sie eine Entscheidung treffen. Quellen, Handelsblatt, Finanzen.net Wirtschaftswoche Auto Anita Farke mit Datum Samstag, 24. Juli Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen! Anfei Bra Blacks Wings